Hans Rudi Allabach und ich komme vom Oberargau von Rumischberg. Viel Kontakt, den man hier pflegen kann, sei es mit den Firmen oder vor allem zu sehen unter Berufskollegen, ist sehr interessant. Hier entstehen Kontakte und Sachen, die man nie auf diesem kleinen Raum haben kann. Man sieht viel, sei es bei den Maschinen. Also ich finde es wirklich cool.